Jetzt geht's kulinarisch weiter, aber nicht nur das. Kochen verbindet und ist international, das sagt André Prem. Er ist Koch und Lehrer an der Justus-von-Liebig-Schule hier in Mannheim. Aber das ist längst noch nicht alles, denn er hat sich ein Ziel gesetzt. Er wollte kochen im SOS-Kinderdorf in Akuda in Tunesien. Und diese besondere Aktion hat er auch nicht irgendwie gemacht, sondern mit Pfanne, Topf und Gaskocher gepackt, ist André am 27. Juli gestartet. Mit dem Fahrrad ging's raus aus der Quadratenstadt rüber nach Frankreich, entlang an mehreren Flüssen bis nach Marseille. Und dann mit der Fähre weiter nach Tunesien. Auf Andrés YouTube-Kanal konnten ihn seine Follower hautnah auf der Reise begleiten. Während der Tour hat er immer wieder Geld für Lebensmittel gesammelt, die er am Ende zum Kochen mit den Kindern benötigte. Nach zwei Wochen und ungefähr 1200 Kilometern auf dem Rad Ankunft im SOS-Kinderdorf in Akuda. Zusammen mit 160 Kindern hat André ein echtes Festmahl zubereitet. Wow. Und jetzt steht er hier und dieses hat er auch mitgebracht. Da ist, glaube ich, viel Geld reingeflossen. Aber zuerst möchte ich eine entscheidende Frage stellen. Was gab's denn dann zu essen? Es gab original tunesisches Brot, Hobbes Tabuna. Das haben wir uns backen lassen von den tunesischen Frauen in diesen, ich sag mal, Backöfen, offenen Backöfen. Dann gab's eine Mergesse, dann gab's Hähnchen, dann gab's Zlatta Mokhia, dann gab's Harissa, also tunesische Spezialitäten. Und ich hab noch ein bisschen europäischen Einfluss mit reinfließen lassen, also Kartoffeln, Kürbis, Ofengemüse. Und das war wunderbar, toll. Und Kräuterpuder gab's noch. Und die Reaktion war dann wahrscheinlich wow. Ja, war super, war wow und es wurde gegessen, gefeiert und es war einfach ein tolles Erlebnis. Aber wie kommt man jetzt auf so eine Idee? Ich meine, das Kochen an sich ist schon toll, aber dann mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad wollte ich eigentlich immer schon nach Afrika fahren, nach Tunesien dann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da kam die Idee zustande. Und man weiß ja selbst, die verrücktesten Ideen, die einem zufliegen, das machen immer die Frauen. Die Frauen kommen dann, hey, kannst du nicht mal? Kannst du nicht mal nach Tunesien fahren und dem SOS Kinder nur auf eine Party zubereiten. Wenn du schon eh nach Tunesien fährst, nimm eine Spendenbox mit und sammle pro Kilometer ein Euro. Und so kam dann das zustande. Unglaublich auch, wenn man immer wieder diese Bilder sieht, die wir gerade eben gesehen haben. Und diese Spendenbox, die haben sich nicht etwas selbst gebastelt, sondern da gibt es auch Unterschiede von den Schülern. Genau, die haben meine Schüler aus der 1BFE gebastelt. Also Schüler praktisch, die ich täglich unterrichte, haben gesagt, ich baue dir die Spendenbox und erfolgreich kommst du zurück. Und wie ist das denn, natürlich, wenn man dann wieder an die Schule kommt und darüber berichtet, ist das dann so Ansporn auch okay? Wo geht es als nächstes hin? Ja klar, wenn man als Lehrer natürlich sieht, was dort in Tunesien an Equipment für die Schüler vorhanden ist, dann muss man sagen, nächstes Jahr greife ich da wieder an und fahre nächstes Jahr wieder nach Tunesien und sammle dann nicht nur für Essen, sondern auch für Schulmaterial. Eine so tolle Aktion, André-Pierre. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Wir werden Sie weiterhin begleiten.